Als nächste Rednerin am Wort, Ruperta Lichtenegger, sie ist die Wirtschaftssprecherin der Grünen. Danke Herr Präsident, sehr geehrter Herr Finanzminister, werte Damen und Herren. Der finanzielle Ausblick in die Zukunft mit dem Bundesfinanzrahmen von 2017 bis 2020 braucht auch einen genauen Blick auf die Herausforderungen der Zukunft. Und die Herausforderungen der Zukunft sind für uns alle sehr klar. Das ist vom Klima- und Umweltschutz über die Fragen der demografischen Entwicklungen bis hin zur Digitalisierung der Wirtschaft und ganz konkret zu den derzeit hohen Arbeitslosenzahlen alles Bereiche, die hier unseren Fokus brauchen. Und genau diese Herausforderungen brauchen Lösungen. Und um zu diesen Lösungen zu kommen, brauchen wir Bildung, wir brauchen Forschung, wir brauchen Innovation. Und genau um das geht es, hier entsprechende Schwerpunkte zu setzen. Und ja, wir haben eine gute Infrastruktur in Österreich mit unseren Universitäten, mit unseren außer- und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ganz klar. Aber natürlich auch mit starken Unternehmungen, die hier gute, zukunftsorientierte Leitbetriebe sind, wie beispielsweise die Föst oder Infineon. Aber genauso auch viele starke, kleine und mittelständische Unternehmungen, die die entsprechende Unterstützung brauchen, gerade in diesen Bereichen Forschung und Innovation. Und da heute schon Rankings angeführt wurden, möchte ich eines anführen und das ist der Innovation Union Scoreboard. Und werte Damen und Herren, da haben wir in den letzten Jahren verloren jedes Jahr einen Platz. 2009 noch auf Platz 6 sind wir inzwischen auf Platz 11 gelandet. Und das sollte uns selbstverständlich sehr stark zu denken geben. Denn es gibt einen klaren Beschluss der Bundesregierung, nämlich zu den Innovation Leadern vorzustoßen. Und das war im Jahr 2011. Und was ist passiert? Jedes Jahr ein Platz verloren gegangen. Und das hängt natürlich auch mit der Ausstattung zusammen. Und ja, wenn die Bundesregierung das Ziel beschlossen hat, 2020 eine Forschungsquote von 3,76 Prozent zu erreichen, ist ganz klar, dass da hier enorme Summen fehlen, um das tatsächlich zu erreichen. Und nachdem heute schon ausgeführt wurde, wie viel denn Österreich sehr wohl in Forschung investiert, sei angemerkt, dass die Innovation Leader wie Schweden, Dänemark sehr wohl viel mehr investieren. Auch Forschungsquoten technisch. Und hier ist natürlich auch einen Auftrag an die öffentliche Hand gibt, entsprechende Initiativen zu setzen. Und wenn wir weggehen von den absoluten Zahlen zu den strukturellen Analysen, dann haben wir drei Untergruppen, die beim Bundesfinanzrahmen entsprechend die Forschung dotieren. Das ist die UG 31, Wissenschaft und Forschung, die UG 33, die Forschung im Wirtschaftsbereich und die UG 34, die Forschung im Bereich Verkehr und Innovationen. Und alleine zwei dieser Bereiche, nämlich die UG 33 und 34, werden über die Jahre 2017 bis 2020 tatsächlich konstant dotiert. Wenn Sie die Inflationsrate betrachten, ist das de facto ein Minus. Und wenn Sie alle drei Untergruppen zusammenrechnen, meine Damen und Herren, dann sind wir beim Bundesvoranschlag 2016 noch bei 6,24 Prozent des Gesamtbudgets. Das wird abnehmen bis 2020 auf 5,99 Prozent. Und ich sage Ihnen, das ist in den Zukunftsbereichen wie Forschung und Innovation nicht tragbar. Das kann und darf nicht sein. Das ist eine strukturelle Vernachlässigung dieses so wichtigen Bereichs. Und Sie wissen, die Arbeitslosigkeit ist ein Problem, das wir mit aller Konsequenz hier bewältigen müssen. Und dazu zählt als wesentlicher Punkt die Forschung. Die Forschung von heute, das sind die Arbeitsplätze von morgen. Wir müssen die Innovationskraft sichern. Und der Rat für Forschung und Technologieentwicklung, der das Beratergremium der Bundesregierung ist, hat auch eine klare Strategie vorgelegt, die beschlossen worden ist. Und wir glauben, dass es notwendig ist, diese entsprechend abzusichern und umzusetzen. Und daher möchte ich heute den Entschließungsantrag einbringen der Abgeordneten Lichtenwecker, Freundinnen und Freunde, betreffend der Finanzierungslücke im Bundesfinanzrahmengesetz 2017-2020, betreffend Umsetzung der FDI-Strategie. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Novelle des Bundesfinanzrahmengesetzes 2017 bis 2020 vorzulegen, mit der die Ziele in den UG 31, UG 33 und UG 34 entsprechend erhöht werden, damit die von der Bundesregierung beschlossenen Ziele der FDI-Strategie erreicht werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von ÖVP und SPÖ, wenn Sie Ihre eigenen, von Ihnen mitbeschlossenen Ziele ernst nehmen, dann ist es auch an der Zeit, genau diesen wichtigen Zukunftsbereich in der Forschung entsprechend zu unterstützen. Um die angestrebte Forschungsquote von rund 3,8 Prozent zu erreichen, fehlt es im Budgetplan an den nötigen Mitteln, kritisiert Roberta Lichtenegger, die Wirtschaftssprecherin der Grünen.